Und das ist eine Acht. Herr von Schönfels, wie kam es denn dazu, die Veranstaltung hier auf dem Bowling-Bed zu holen? Ja, wir haben ja aus dem letzten Jahr erste Erfahrungen gehabt von der Deutschen Meisterschaft im Freien und haben dem Europäischen Verband vorgeschlagen, es hier im Eurocup-Finale auf dem Bowling-Green durchzuführen, weil wir gute Erfahrungen haben. Wiesbaden ist der ideale Ort für solche Bogenveranstaltungen. Hier am guten Platz, vor dem Kurhaus, sind wir sehr dankbar, dass wir hier diese Location nutzen können. Wie lautet Ihr Fazit zum Wochenende? Sind Sie mit der Veranstaltung zufrieden? Sehr zufrieden. Das Publikum war engagiert dabei, auch fachkundiges Publikum. Die Sportler waren sehr zufrieden. So eine Veranstaltung haben Sie, wie Sie es berichtet haben, bisher noch nicht erlebt in Ihrem Eurocup-Finale bisher. Und es ist ja das erste Mal, dass so eine Veranstaltung stattfindet. Aber ich bin überzeugt, nicht das letzte Mal. Fünf.